Also wenn ich die Zeitungen lese, ja, oder natürlich Victor Chagaboa googelt und dann sind drei, vier Artikel. Weisst du, es gibt auch einfachere Leute zum Recherchieren, also... Auf jeden Fall, ich habe ein paar von denen, habe ich ein bisschen durchgelassen. Ich kreiste das Zeug nicht. Weltwoche natürlich, hauptsächlich, habe ich intensiv studiert. Das mag doch gehen. Die kennst du doch gar nicht, die Zeitung. Und das ist... Also wenn es einen Konsens gibt in der Kritik, bist du zu wenig bös. Aber bevor du jetzt verteidigst, würde mich interessieren, ist... Ich wollte mich gar nicht verteidigen. Bevor du dich nicht verteidigst, würde mich interessieren... Oh, ein bisschen verteidigt. Bevor du jetzt das Mikrofon wieder an deinem Mund hebst, möchte ich dir etwas fragen. Die Frage ist Boshaftigkeit. Ist das für dich überhaupt ein wesentliches Kriterium im Humor, in der Satire? Oder ist das etwas, was nebendurch gezielt? Also ist das gar nicht ein Qualitätskriterium für Satire? Was ist deine Meinung zu dem? Ja, das ist genau das. Weil ich sage immer, frech sein ist wahnsinnig einfach. Also du kannst hingehen und irgendeinen Politikernamen sagen und sagen, das ist ein Arschloch, das ist dann wahnsinnig frech. Aber ob es irgendwie wahnsinnig lustig ist, weiss ich nicht. Und eine gewisse Frechheit gehört dazu. Aber es gibt manchmal auch L'art pour l'art. Wir haben auch Klamauk gemacht. Wir hatten Figuren, die sind völlig unpolitisch. Die müssen auch nicht böse sein. Das mit dem Böse, das hat immer etwas zu tun mit dem Minderwertigkeitskomplex der Schweizer. Wo alle amerikanischen Shows schauen. Und alle Deutschen schon sagen, ja die sind viel frecher als ihr. Und wir haben eigentlich das Gegenteil einmal erfahren von den deutschen Gästen. Oder Österreichern, die bei uns gingen. Also vom Hader über den Hildebrand. Bis wirklich alle, die zu uns gekommen sind, die sich gewundert haben. Oh, ihr wagt aber auch noch irgendetwas zu sagen. Also zum Beispiel hat sie, also jetzt, der Josef Hader zum Beispiel hat gesagt, wenn jemand in Österreich so würde, zum Beispiel über religiöse Sachen reden, wie wir das gemacht haben, hätte er riesen Lampen am Hut. Und das mag sein, aber auch das kümmert mich nicht so wahnsinnig. Ich selber muss es lustig finden. Oder mir. Bei uns ist es mir gewesen, der Maik und ich. Das ist das einzige Kriterium. Wir wollten es gut finden. Wir wollten zum Teil Sachen gemacht, wo wir gewusst haben, eine Mehrheit findet das nicht so gut. Sogar ganze Figuren, die wir gespielt haben, eine Mehrheit findet das nicht so gut, aber wir finden es toll. Und wenn man das ein Zeitpunkt macht, hat man ein Stammpublikum, das genau das will. Wer eine Realität.